Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Ich habe heute einen, ja doch, sehr bunt gemixten Drogerie-Hall für euch unter dem Motto, ich habe nur neue Produkte gekauft. Alles, was mit so einem kleinen Klöpchen neu deklariert war, ist in meinen Einkaufswagen gelandet. Wir werden das Ganze in den nächsten Wochen testen, aber bevor wir das tun, werde ich euch die Produkte natürlich einmal zeigen, euch so ein bisschen meinen ersten Eindruck erzählen und schauen, was wir da alles so für kleine, spannende Schnäppchen geschlagen haben. Schnäppchen geschlagen? Schnäppchen ergattert haben. Freunde, ich habe richtig gute Laune. Heute ist ein fantastischer Make-up-Tag. Und das Ganze ist nur zufällig passiert. Ich habe nämlich heute mein Wissen aus den letzten Monaten gemeinsam in dieses Video gebracht für das Make-up, was ich jetzt hier trage. Mein klassisches Alltags-Make-up, aber komplett anders gemacht. Und ihr wolltet ja demnächst ein XXL. Ich zeige euch wirklich Step für Step für Step meine Make-up-Routine. Und ich habe da noch so ein bisschen rumgebastelt und bin zu diesem Ergebnis gekommen. Und I love it. Freunde, ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Start in die Woche und seid gut in den heutigen Mittwoch gestartet, wenn ihr das Video heute denn schon seht. Ich bin richtig gespannt, denn... Zuallererst, wir können euch wahrscheinlich bald was sagen und da bin ich ganz aufgeregt und sehr glücklich drüber. Ich habe eine dicke Tüte voll mit Drogerie-Produkten. Ich war... Ich war bei Rossmann und bin dann einmal ganz kurz in den DM gehüpft, weil ich eine Mascara kaufen wollte. Und die habe ich tatsächlich auch schon hier. Und ich würde vorschlagen, wir starten auch direkt mit dem Video. Falls ihr neu seid und keine Drogerie-Videos verpassen wollt, und günstiges Make-up, Drogerie-Hauls, Aufgebraucht-Videos, dann würde ich mich freuen, wenn ihr jetzt auf den Abonnieren-Button drückt. Das kostet euch nichts. Mir bedeutet das die Welt. Und dann habe ich noch mehr gute Laune. Ich habe richtig gute Laune, schon fast unangenehm heute. Freunde, hello. Wir fangen tatsächlich mit dem ersten Produkt an. Ihr könnt jetzt gerne einmal in den Kommentaren raten, was mich der ganze Spaß gekostet hat. Und hier ist nämlich schon die erste Mascara. Und ich hatte euch neulich in dem Video gefragt, ob ihr mir braune Mascara empfehlen könnt. Und es kamen tatsächlich immer zwei dieselben. Einmal ist das die Volume Million Lashes Balm Brown Mascara von L'Oreal. Die ist schön, die ist aber nicht so richtig braun. Ich habe sie tatsächlich schon benutzt. Ich trage heute aber eine andere Mascara. Die kommt gleich zu. Die ist schön, die hält sehr, sehr gut. Die hält besser als die, die ich jetzt gerade drauf habe. Aber es durfte einmal die Volume Million Lashes Mascara mit. Und am allermeisten wurde mir die Trended Up Number One Mascara in 020 Brown empfohlen. Und die trage ich heute auch. Und die ist wirklich braun. Ich weiß, auf euch ist immer Verlass. Ich habe euch die Farbe von dem Fenty Eyeliner gezeigt. Und ihr habt tatsächlich eins zu eins dieselbe Farbe in der Mascara gefunden. I love you. Die sitzt richtig, richtig gut. Die macht jetzt nicht besonders lange, besonders dicke Wimpern. Die macht perfekte Alltagswimpern für das, was ich gerne mag. Auch wenn ich mal keine Foundation trage. Ein leichter, rötlicher Braunton, der die einzelnen Wimpern einfach nur einfärbt. Ohne Fliegenbeine, ohne alles. Sehr, 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 sehr gut. Und dann durften ganz, ganz viele Handtücher mit. Und zwar so kleine. Ein Seiftuch heißt das. Das ist von Rossmann aus der Ideenwelt. Davon habe ich mir fünf Stück mitgenommen. Das sind so kleine, handliche Handtücher. Eins hat 1,19 Euro gekostet. Denn ich habe festgestellt, das ist ganz verrückt. Wenn ich bei Danny bin und mich dort abends abschminke, benutze ich kein Handtuch, sondern ich benutze meistens ein Zebertuch, um mein Gesicht abzutrocknen. Und ich habe das Gefühl, dass dadurch meine Haut wesentlich besser wird, wenn ich nicht in mein normales Handtuch gehe. Ich habe halt keinen Platz im Bad für ein Duschhandtuch, für ein Händehandtuch und für ein Gesichtshandtuch. Und ich nehme meistens immer dasselbe Handtuch. Und das ist natürlich A, nicht so hygienisch und B, bringt ihr Bakterien, die in diesem Handtuch sind, das ist feucht, das ist warm im Bad, in euer Gesicht wieder, obwohl ihr euer Gesicht gerade gewaschen habt. Und deswegen dachte ich mir, kaufst du dir einfach fünf von diesen kleinen Handtüchern. Die fühlen sich sehr, sehr gut an und kannst jeden Tag ein frisches benutzen. Und dadurch, dass die so klein sind, habe ich dafür auch Platz, zum Gesicht abtrocknen reicht es. Ich überlege tatsächlich, wie ich das so schön drapieren kann, aber es ist ein Handtuch. Und apropos Skincare, ich freue mich, dass ich euch endlich in diesem Video sagen kann, was ich exklusiv in den letzten Monaten seit, ich glaube seit meinem Geburtstag im Dezember schon benutze. Ich hatte euch ja erzählt, dass ich meine Skincare-Routine so ein bisschen geändert habe. Und auf Empfehlung von Lubella, einer ganz, ganz lieben YouTube-Kollegin, habe ich die Produkte von Jepoda getestet. Und ihr habt mit Sicherheit schon was gehört. Aber ich möchte euch gerne trotzdem vorstellen, weil ich der festen Überzeugung bin, dass wenn ihr so seid wie ich, und wir sind alle recht ähnlich, ihr nicht so viele Gedanken darüber machen wollt, wann kann ich das Serum, wann kann ich das Serum, wann kann ich dieses Produkt benutzen, in welcher Reihenfolge muss ich die Produkte benutzen, dann seid ihr bei Jepoda genau richtig. Jepoda ist eine hochwirksame koreanische Pflegelinie. Und ihr habt mit Sicherheit schon hier was auf YouTube von gehört. Die Produkte sind alle vegan und cruelty-free. Hochwertig verpackt. Das ist alles Glas, es fühlt sich alles sehr, sehr hochwertig und schwer an. Und es ist tatsächlich auch hochwertig. Also man merkt das schon bei der Applikation von den Produkten. Und ich gehe mit euch mal kurz die Produkte durch, denn ich habe wirklich die komplette Pflegelinie benutzt. Ich habe nichts anderes mehr benutzt. Das habt ihr in den letzten Monaten gemerkt, dass ich keine anderen Skincare-Produkte mehr wirklich in mein Gesicht gebracht habe. Außer mal vielleicht kurz für ein Video. Aber für mein Skincare-Regiment, für meine Skincare-Reihenfolge, habe ich nur noch Jepoda benutzt. Und das Coole ist, auf den Produkten steht schon immer die Reihenfolge mit drauf. Wir haben hier beispielsweise den Carmbar mit Olivenöl und Kokosnussöl. Das ist für diese typische koreanische Double-Cleansing-Routine. Das ist ein ölbasierter Reiniger, der in der Hand zusammen perfekt anschmilzt. Und hier steht auch schon Step Nummer 1. Ihr könnt damit das Make-Up, egal was es ist, ihr könnt auch den Microfiber Multitool damit nutzen. Funktioniert fantastisch. In der Hand anschmelzen, ins Gesicht geben. Ich habe euch das Ganze immer so ein bisschen eingeblendet. Dann nehmt ihr das mit einem sauberen Tuch oder dem Microfiber Multitool wieder ab. Und könnt dann zum zweiten Produkt. Und ihr seht schon, ich habe mehr als die Hälfte schon draus benutzt. Das ist ein fantastischer Schaum, der ganz, ganz fein ist. Und ich habe natürlich durch meinen Job super viel Erfahrung mit verschiedenen Pflegeprodukten. Und vor allen Dingen diese Schäume aus der Drogerie. Du merkst einen Unterschied. Du merkst einen Unterschied alleine schon im Schaum. Das schmilzt richtig schön. Es nimmt das Öl, es nimmt das Make-Up weg. Und dann ist eure Haut richtig, richtig sauber. Das sorgt dafür, dass ihr schon Feuchtigkeit in eure Haut bringt. Und ich zeige euch am Freitag ein Tool, womit ihr die Feuchtigkeit eurer Haut messen könnt. Das ist richtig verrückt. Aber ihr habt eine Skincare-Routine, die perfekt aufeinander abgestimmt ist. Und das Ganze funktioniert, greift sehr, sehr gut ineinander. Ihr könnt die Produkte immer so ein bisschen wechseln. Ich hatte den Carmbum, den Double Bubble. Und dann gibt es ein Serum und ein Spray. Und ich habe euch das Ganze einmal abgefilmt, wie ich das vor diesem Make-Up gemacht habe. Und ihr kennt meine Haut mittlerweile, ist sie recht trocken. Vor allen Dingen an den Stellen. Ihr seht nichts mehr. Dieses The Mist-Have ist, ohne Witz, das beste Setting-Spray, was ich seit langem benutzt habe. Das ist mit Hyaluronsäure und Lavendel. Und sorgt dafür, dass die Haut mit Feuchtigkeit versorgt wird und ihr euch so ein bisschen entspannen könnt. Und dann gibt es den Repair Hero. Das war das einzige Serum, was ich in den letzten Wochen benutzt habe. Mit Probiotik, Niaciamid. Die Haut wird ebenmäßiger. Die Haut wird glatter und mit Feuchtigkeit versorgt. Und wenn ihr das vor eurem Make-Up benutzt, I swear you, ihr braucht keinen Primer mehr. Ich freue mich, dass ich auch endlich einen Code dafür habe. Ich habe jetzt wirklich sehr, sehr lange darauf gewartet, weil ich einfach die Produkte testen möchte. Ihr kennt mich. Ich habe schon viele, viele Skincare-Produkte ausgesucht. Aber das ist so eine Reihe. Die ist solide. Die funktioniert perfekt und ist aufeinander abgestimmt. Und sie ist halt auch sehr, sehr hochwertig. Und jetzt kommt mein kleiner Hack. Ich bin am Ende mit einem... Hier. Schaut mal. So ein bisschen an meinem Finger habe ich in meiner Hand verteilt. Und bin dann über mein Gesicht gegangen, bevor ich mein Make-Up aufgetragen habe. Und durch diese Öle, Kokosnussöl, Olivenöl, wird eure Haut so glatt, dass euer Make-Up perfekt drauf sitzt. Und schaut mal, ich habe keine einzelne trockene Stelle. Probiert die Sachen unbedingt mal aus. Ich habe auch einen Rabattcode bekommen. Mit dem kriegt ihr 30% auf die Produkte. Ich freue mich ganz toll, dass ich jetzt mit Yipoda zusammenarbeiten darf, weil ich wirklich ein großer, großer Fan bin. Vor allen Dingen, weil die Produkte sehr, sehr zuverlässig mit Make-Up funktionieren. Und das ist für mich persönlich immer sehr wichtig. Wenn die Skincare eine perfekte Grundlage schafft fürs Make-Up, sign me in. I love it. Also schaut unbedingt gerne mal bei Yipoda vorbei. Wirklich hochwirksame, koreanische Pflegelinie. Und ihr müsst euch keine Gedanken mehr machen, wann was wohin kommt. Und wenn ihr dann mit so einem sauberen Handtuch einfach rüber geht, euer Gesicht abtrocknet, gebt eurer Haut drei, vier, fünf Wochen Zeit und ihr werdet den Unterschied merken. Die Haut wird reiner, die Haut wird sauberer und die Haut wird glatter. Ich muss jetzt hier erstmal kurz ein bisschen umbauen, Freunde. Sekunden, ich habe hier keinen Platz. Alright. Wir haben wieder ein paar Ketumol-Feucht-Tücher. Das benutze ich immer hier oben, um meine Mixing-Plate sauber zu machen. Das geht super gut. Das ist tatsächlich auch dadurch, dass so ein bisschen Alkohol, glaube ich, drin ist. Das sorgt einfach dafür, dass die Oberflächen so ein bisschen ordentlich werden. Und ich sage es halt immer, euer Make-Up kann nur so gut sein, so hygienisch, wie ihr auch arbeitet. Und ich will mit gutem Beispiel da vorangehen. Deswegen die Domol-Allzwecktücher kaufe ich immer. Dann habe ich ein Paket Wattepads mitgebracht. Und ihr merkt es in den Hauls. Ich kaufe vielleicht, seitdem ich das Microfiber Multitool habe, ein Paket Wattepads im Monat, um ganz präzise am Auge lang zu gehen, wenn mein Microfiber Multitool Mini gerade in der Wäsche ist. Also im Prinzip brauche ich keine Wattepads mehr, denn Microfiber Multitool regelt alles. Aber ab und zu, so ein Wattepad ist mal in Ordnung, auch zum Make-Up, zum Saubermachen oder so. Ein super, super gehyptes Produkt, und das wollte ich mit euch am Freitag testen, ist von Maybelline. Ganz, ganz neu. Dieser Perfector 4N1, eine Whipped Mud Make-Up Cream. Erinnert mich so ein bisschen an die Essence Make-Up Moose. Ich habe sie in zwei verschiedenen Farben gekauft, beziehungsweise wie das Magic Finish. Wir werden das Ganze am Freitag testen. Zwei verschiedene Farben habe ich gekauft. Das war recht teuer, ne? Also das hat 15 Euro gekostet. Ich bin gespannt. Moment. Sind da 30... Ihr Füchse! Da sind 30 Milliliter drin. Ist Milliliter nur das Volumen, was hier reinpasst? Weil da ist ja viel Luft drin. Wir finden das ja raus. Dann durfte mit... Da hat Danny mich tatsächlich inspiriert. Das ist das Airwig Ätherische Öle. Vanille, Blüte und Honig. Das ist so ein Raumduft. Da gibt es so eine Station für und die postet dann einmal die Sprünge so ein bisschen Duft. Ich möchte das gerne in meinem Ankleidezimmer haben. Was dann in den Flur reinsprüht, wenn man dann reinkommt, so einen schönen Duft-Effekt hat. Dann gab es ganz, ganz neu eine neue Reihe von Head & Shoulders. Ich habe kein Problem mit Schuppen, aber hier ist was ganz Besonderes drin. Und zwar ist das die Derma X Pro Kopfhautpflege. Die soll beruhigend bei trockener und juckender Kopfhaut sein. Das ist tatsächlich ein Problem, was ich habe. Ich habe kein Schuppenproblem, aber so ein Trockenhalsproblem auf dem Kopf, weil ich halt natürlich super, super viele Styling-Produkte benutze. Ihr habt es neulich wahrscheinlich in dem Haul gesehen. Puder, Gel, Haarspray, Texturizing Haarspray, Salt Spray, alles. Ich habe mehr Produkte im Haar, als ich Haare auf dem Kopf habe. Es riecht okay, würde ich jetzt sagen. So ein bisschen nach Kaktus, Aktiva und Aloe und Vitamin E. Bin ich gespannt, gebe ich euch ein Feedback zu. Aber ist eine komplett neue Reihe. Und bei Rossmann gab es auch einen kompletten Aufsteller dazu. Dann, ich bin ja ein Fuchs, meine Freunde, bin ja Team Münster. Und habe ich ein, es gibt ja diese Rossmann-App, da gibt es immer Rabatt. Und ich habe ein Coupon aktiviert, dass wenn ich, glaube ich, für 6 Euro DARF-Produkte kaufe, ich 20% Rabatt bekomme. Und da ich immer dasselbe Deo und dasselbe Duschgel meistens kaufe, habe ich davon einfach Backups gekauft. Und zwar eine Menge, um den Rabatt zu kriegen. Und das war, glaube ich, sogar schon reduziert. Ich habe einmal das Clean Comfort 48 Stunden und das Clean Comfort Feuchtigkeitsspende, Micro Moisture, Duschgel, habe ich immer in Begatter. Es gibt für mich wirklich wenig Schlimmeres in meiner Körperpflege, als wenn ich in der Dusche stehe und mein Deo leer ist oder mein Duschgel leer ist. Und ich mag es nicht, wenn ich irgendwie Produkte aufgebraucht habe und da nichts habe, weil ich kenne mich. Ich vergesse das. Ich vergesse es einfach. Ich gehe jeden Tag zu Rossmann. Literally jeden, jeden zweiten Tag. Und ich gehe jedes Mal dahin und komme mit anderen Sachen raus, als die Produkte, die ich brauche. Und damit ich genug zu Hause habe, kaufe ich dann einfach mal ein bisschen mehr. Noch ein Duschgel. Hier ist der Beleg. Noch ein Handtuch. Sag mal, wie viele Handtücher habe ich denn gekauft? Und dann gab es neu die Isana Hydrogelmaske Triple Hyaluron. Intensive Feuchtigkeit, sofort frische Aloe Vera und Kaktusextrakt für jeden Hauttyp. Eine Rezeptur ohne Mikroplastik. Die fühlt sich extrem feucht an. Wenn ihr das schon anfasst, dann merkt ihr richtig, wie... Hört ihr das? Nun gut, eine Feuchtigkeitsmaske. Dann mein dunkles Geheimnis. Es gibt eine neue Farbe und vielleicht ist das eine richtige Farbe von meinem Istanbul in a Bottle. Kühles Braun, Magic Retouch. Oh no! So viel dazu. Ja, kühles Braun bis zu 25 Anwendungen. It's a lie. It's literally a lie. Aber das ist eine neue Farbe und die könnte tatsächlich passen. Ich bin gespannt. Gebe ich euch dann im Aufgebraucht-Video in nächste Woche ein Update. Dann gab es neue von Bilou. Und ich bin kein Fan von Bilou-Produkten, weil mir das persönlich zu süß ist. Ich bin halt eher so holzig und... Ich gender nicht gerne Gerüche, aber ich rieche halt nicht so gerne nach einem Bonbon, sondern ich rieche halt gerne, weiß ich nicht, nach einem Holzfäller. So, man möchte es mir kaum ansehen, aber... Guess what? Und Bilou hat... Wow! Bilou hat Cherry Coco rausgebracht. Und das sieht einmal so aus und das kriegt Danny. Der liebt nämlich Duschschäume. Und ihm ist es egal, wonach es riecht. Ja, wow. Ich mag die Duschschäume gerne. Ich würde mich freuen, wenn Bilou mal einen... Oh, wow. Wow. Das riecht wie... Rashadi und die Kirsch und Kokosfabrik. Sehr, 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 sehr süß. Aber Danny wird's lieben. Danny, das ist für dich. Und die sind teuer, die Dinger. Die sind wirklich, wirklich teuer. Für ein Duschgel 5 Euro oder so. Hier haben wir nochmal die andere Farbe von dem Maybelline Perfecta. Ich bin so gespannt darauf, weil... Also, ich kann mir vorstellen, dass es gab früher dieses Mud Mousse Makeup. Ich glaube, es gab es von Essence. Es gab es auch von Maybelline in so einem Tiegel. Und das war 2010 so das Ding. Und so alle 10 Jahre kann man ein Produkt mal wieder rausbringen. Aber halt anders verpackt. Und dann gibt es ja auch eine andere Generation an Leuten. Aber im Prinzip ist es wahrscheinlich das Magic Finish. Wir finden das heraus. Dann habe ich mitgenommen, da bin ich sehr gespannt, von Garnier. Ein Micellenreinigungswasser mit Vitamin C. Müde, unebenmäßige Haut. Entfernt Makeup und reinigt sorgfältig für Strahlen. Ohne Abwaschen. Auch das benutze ich meistens nur, wenn ich woanders bin. Also, auch das kommt mit zu Danny. Da habe ich meine Pflegelinie von Hippoda beispielsweise nicht dabei. Davon gebe ich euch aber ein Update. Vitamin C ist mit drin und es stand neu drauf. Deswegen durfte es mit. Dann ein Produkt, dem ich jetzt knapp drei Wochen hinterher gerannt bin. Klarspüler. Mein Rossmann hatte keinen Klarspüler mehr. Und immer, wenn ich drin war, habe ich es vergessen. Und jetzt habe ich daran gedacht. Und habe für meine Spülmaschine einen Klarspüler mitgenommen. Ich bin tatsächlich auch da eine Günstmaus. Es muss nicht das von Kolgathe ist Zahnpasta. Wie heißt denn das? Kalgonit oder so sein? Domol. Fünffach-Power. Verändert Wasserflecken. Same. Dann habe ich hier noch ein weiteres Dio. Und eine Lippenbutter von Isana. Die stand auf diesem neuen Aufsteller, wo vor zwei, drei Wochen diese Pfirsichlinie stand. Kommt in so einem Tiegel. Und die ist fest. Ich habe ja Lippenstift drauf. Ich bin ja ein Depp. Okay, ich bin sehr, 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 sehr doof. Eine Lippenbutter. Aber sie sieht gut aus. Und dann gab es zwei Produkte. Da bin ich sehr gespannt. Ihr kennt mit Sicherheit, ich glaube, die von BB. Diese Babylips oder so heißt das. Und Isana hat sowas jetzt auch rausgebracht. Das sind getönte Lippenpflegen mit pflegenden Ölen und Sharebutter in Farbe. Und auch die will ich unbedingt mal testen für euch. Denn die waren echt nicht teuer. 1,99 Euro, glaube ich. Sowas kann man mal gerne in die Handtasche packen. Und wenn man halt mit Maske nicht Lippenstift trägt, aber die Maske dann beispielsweise zum Mittagessen gerade mal runter gemacht hat oder so. Und dann einfach so ein bisschen getönte Pflege raufgeben kann. Könnte das gar nicht schlecht sein. Bin ich super, super, super gespannt, was die Produkte können. Und dann, wie gesagt, die zwei Mascaren, die ich euch schon gezeigt habe. Und das war tatsächlich auch mein Drogerie-Haul. Ich habe jetzt extra die teuren Sachen hier nicht mit reingenommen, die ich bei Douglas bestellt habe, die ich bei Sephora bestellt habe. Denn die werdet ihr in den nächsten Wochen definitiv in Videos sehen. Eins habt ihr, glaube ich, schon gesehen. Das ist hier von One Size gewesen. Die Make-Up-Linie des Videos ist am Montag online gegangen. Also, falls ihr das nicht gesehen habt, schaut da gerne mal vorbei. Und das war es tatsächlich auch schon von meinem Haul. War diesmal nicht so viel, aber es war teuer. 60 Euro. Und bei DM habe ich 30 für die Mascaren ausgegeben. So, Mascaren und die Foundations ausgegeben. Also, ist eine Menge Geld, ne? Für ein bisschen Duschgel und Bibis Beauty Palace. Ich bin gespannt, was ihr zu diesem Haul sagt. Ich würde mich super interessieren, ob ihr schon Erfahrungen mit Jepoda gemacht habt. Dann könnt ihr mir das gerne mal in die Kommentare schreiben. Schaut unbedingt bei Jepoda vorbei. Alle Informationen stehen unten in der Infobox. Ich bedanke mich, dass ihr heute mit dabei wart. Und würde vorschlagen, wir sehen uns am Freitag hier wieder. Tschüss!